Willkommen zurück zu... Meine Devise... Ist okay... So... Wir haben hier heißen Hund... Fast... So habe ich euch am liebsten... Flammiert... Und gut durch... So... Puh... So Leute, ihr wisst was ansteht... Ich glaube davor muss ich erstmal die Hygiene befeuchten... Kleinen Moment... Tolle Atmosphäre... Hm... Hm... Rote Wein... Algo ist keine Lösung, ich weiß... Aber Legendary auch nicht... Hahahaha... Shit... Ich habe sowas wohl keinen Bock auf die Viecher... Geh down... Geh down... So, du musst jetzt sterben... Ah, die muss ich alle vernichten... Woowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowowow Ich seh nicht mehr. Oh, kacke Pups, kacke Pups. Nicht gut. Geh doch hoch, Deckard. Ganz ruhig, mein Junge. Ganz ruhig. So. Durchladen. So. Wo geht's denn lang? Da. Ja, ist okay. Ist okay. Wir müssen das machen. Wow. Das ist doch einfach nur eine miese Grütze. So. Immer noch drei Stück. Ich rach die Kacke echt nicht. Er geht einfach nicht. Er geht einfach nicht. Komm schon. Deckard wird zwei. Wir kriegen es noch hin. Oh, Monotovs. Passt. Na, na. Passt überhaupt nicht. Ah, das muss ich tun. Ah, das muss ich tun. Und schon werden es weniger. Und schon werden es weniger. Gut. Und die wissen Bescheid. Und die wissen Bescheid. Passt. 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 Passt! Oh, wie geil! Und nu? Da lang! Passt, Leute! Finde ich gut! Mit schrittweiser Startsequenz! Ja, jetzt sehen Sie, dass die Maschine an! Jetzt beginnt für uns ein Wettbewerb gegen die Zeit! Gehen Sie nach oben und zerstören Sie die Maschine! Ja, dann geh ich mal unser aller Leben retten, nicht wahr? Deckard, komm her! Bleib bei uns! Unsere Sturmtrucks greifen den Schwarzen Orden von allen Seiten an und wir gehen mitten durch den Haupteingang! Los! Nein! 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 So, nur ist Feierabend. Doch nicht. Die kennen wir ja. Das passt aber. Und bam. Und jetzt? Kommt zu, Leute. Tut was. Ah. Er dreht. Alles, die ist vorgegangen auf die Torne des Schweizer Abens. Das ist vorgegangen auf die Torne des Schweizer Abens. Na komm schon, wir ziehen nicht so, Deckard. Nur nicht nervös sein. Okay, passt. Der bewegt sich weiter. Oh, ich soll vorrücken. Okay, ist gut. Die Wumme. Lass uns mal. Okay. Das war schön. Okay. Improvisation. Genial. Und mit den Bildern würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Alrighty then. Bis zum nächsten Mal.